wie ein homosexueller durch ein martini was ich hab gar keine scheiße ach mein metagay kann es nicht lernen weil es keine arme hat ja sehr geil also mag die mein metagay nicht oder was aber nicht man so machen pokémon ok die sind alle eigentlich full ich glaube das ist viel zu meter dafür ich glaube es fast auch das ist viel zu mainstream jetzt kriegen wir normales kokona alles klar und das kann jetzt eigentlich kein gift stahl weil es direkt als kokona gespawnt ist eigentlich kann es jetzt kein gift stahl außer der entwickler hat mitgedacht aber nein aber nicht was aber auch völlig in ordnung ist ach scheiße was los abgarten wie bett gefunden ein wie bett riedel und super wenn du bei diesem trainer angekommen bist das schreckt ich bin ich die hässlich dass die ok ich habe mir halt noch das item da rechts geholt das habe ich auch schon gebraucht auch ok läufst du da full speed durch oder was ja ja nee das ist mir aber auch noch kater bett oder ach du scheiße was bist du denn tötest bevor es eier legt hier guck mal du kriegst sogar weil wir die wußgatze in die fresse tötest bevor es eier legt das ist immer so eine geile aussage habe ich gerade getan definitiv keine zeit eier zu legen so safe und noch mal also wenn die mons zusammen fusioniert werden wird der mittelwert von dem level genommen ja das heißt wenn ich jetzt mal mal sie hochlevel dann bringt das was ich habe nur kater also raubi er hat einfach nur ein stinknormales raubi aber er hat drei monge nicht als der nächste trainer nach dann schon oha wo bist du schon der trainer ist for free ok mal wo bist du schon das ist ja komplett heftig gleich durch den ball durch ja aber du weißt schon dass du nachher du wartest schon da oder ja ich geh auch bis trainieren ja ja gut aber dann musst du da wieder war bis ich auch trainiert habe das komplett aber dann kannst du scheißen gehen hast du gesagt ja genau korrekt aber ja mach noch mal eine defense runde ist okay gast und rein sehr schön super effektiv ach da kommt das katergäle wie wenn ja red so da müssen wir kurz raus das muss die doge machen wie ren es ist nidoran und horn liu ja w tf gleich kommt der nächste trainer die du triffst der hat dann zu weit mit dem horn die und zubat mit dem raubi ich sagte jetzt sieht beides nicht gut aus wobei tatsächlich das horn liu nidoran geht in braun mit dem kleinen einhorn das geht tatsächlich aber gerade so ja auf jeden fall legitter als meine taub sich bei taub sich saft und vergrübelung also so der gast der sitzt preuß ist enttäuscht von dem wacher dieses spiels ich kriege ein quitz kommt schon das ist so ekelig das ist der wache die spielte mich sehr enttäuscht warum er hat nicht für jeden mit einmal so ein text und so jetzt muss man bewechseln auf mir auch ich bin im pokémon center angekommen oha ojda katerpie die frage facebook hast du jetzt gerade noch offen dein mauzi ne ja ich hab schon normal wasser ist es dumm das jetzt mit gufa zu machen ja deswegen wir haben wir auf der route nebenan haben wir jetzt auch den account offen ja wir haben da halt eine chance auf ein gladiantri ein was gladiantri echt jetzt ja die frage ist aber wollen wir den encounter aufheben ja wenn du den ersten on hast bekommst du da ein pokémon das safe eine versteckte fähigkeit hat echt jetzt ja ja gut aber pass auf mit aufheben meinst du dass wir ihn halt noch nicht machen ja das können wir tun weil wenn man machen müssen wir zumindest entweder mit dem mauzi encounter oder mit dem gufa zusammenschmeißen nein müssen wir nicht ja doch klar durch die route durchgehen und das körper da rollen ja gut aber treffen wir dann nicht auf irgendwie nein du kannst die ganze route machen durchs gras laufen zu müssen okay das ist nice guck mal da mal zwei trainer erinnerst du dich gestern an den raid was wir gestern noch gemacht haben bruno bärchen er ist jetzt hier bruno bärchen was geht alle der name ist absolute ehre alle wie geht's dir man ist alles gut ultra nice bruno bärchen die feier den arme einfach so heftig alle und er hat borderlands gestreamt was für ein ehrenmann also geil alle so welcome to the pokémon center yes all right give me the pokémon wir spielen pokémon infinite fusion ja deswegen also es gibt leider keine kategorie dazu habe ich schon ein paar mal gesagt habe ich sage es immer wieder gern es gibt leider keine kategorie dazu auf twitch deswegen haben wir pokémon schwert und schild genommen das ist nicht zum verarschen sondern es geht einfach da steckt viel da steckt viel geschichte hinter dem namen haha jo alles frisch und so weiter selbst hey du wie gesagt der name könnte auch wegen mir klinker dödel 234 sein das wäre für mich auch völlig fein jeder darf sein eigenen namen absolut fein er ist jetzt noch eine ganz wichtige nein warte ich geh jetzt erst auf meinen chat ein ich habe jetzt endlich mal wieder seit 20 jahren chat aktivität lass mich jetzt in ruhe so mal feier das feier das du wichser okay feier das dass du auch romhack spielst schon mal glazed gezockt oder liquid crystal ich glaube da kann dir das soll tatsächlich weiterhelfen ich glaube der hat das schon mal gezockt die spieler ich bei schon gespielt ja in liquid crystal bin ich ausgerastet heute auch als das gespielt habe ich nicht gut ja gut als solche roms solche hacks die wo halt wirklich überschwer sind ich glaube tatsächlich dass du dir halt erst als normales let's play als normalen run halt spielen soll das ist weil weiß was auf die zukunft weil wenn du da halt jetzt ohne scheiß so wie du das allererste mal da drin bist und dann kommst du halt in die erste arena dies random meisten drachen arena und da kommt einfach jedes mon mit drachen wut ums eck da gehst du rein oder ist die challenge vorbei es ist halt einfach dumm aber pass auf also bruno bärchen also ich möchte jetzt nicht sagen dass wir ultra geile spieler sind oder so das würde ich auf keinen fall sagen aber wir sind schon etwas pokemon competitive affin also wir wissen schon was abgeht aber wie gesagt was willst du denn machen wenn du reinkommst und ja ja liquid crystal ist schon der haus eine nummer für sich aber findet das schade dass die rom nicht zu ende gemacht wurde sind ja nur 99 prozent circa stimmt das ja das stimmt da muss ich aber sagen dies wurde von einem anderen rom hacker zu ende geführt bald nicht dann mit der story die sich der normale rom ersteller dafür ausgedacht hatte aber halt so wie er sich gedacht hat wie es zu ende gehen könnte aber da bruno bärchen ja anscheinend ein bisschen rom hack affin ist sagt die emerald kaiser was oh gott also im welt kaiser habe ich meinen größten aus raster geschoben gewartet muss ein klitzeklein moment weg aber nur paar sekunden aber so ein multi twitch das benutzen wir jetzt gerade also ich benutze es zum ersten mal deswegen ich habe auch noch keine ahnung von diesem link oder was weiß ich was jetzt gesagt dieser trainer ist ein richtiges arschloch sacks oder was nein der ist kein arschloch aber seine pokémon sind beide hässlich ok dann gehen wir da rein ich bin pokémon trainer ja dann komm auch her we bett oh ne da ist ja mein meter gay noch richtig geil dagegen ach da kommt noch was schlimmeres ja erstes blutsauger ein dieses dumme stück scheiße ich hasse ihn tackle meter gay setz erst harten ein und dann tackle meine den link zum fertigen liquid crystal okay habe ich dir auch sekunde ach ja und by the way bruno bärchen soul arbeitet gerade an einem eigenen rom hack nicht an einem eigenen rom pack an einem eigenen fangame an einem eigenen kompletten fangame ok also so wie das hier ja oh nein das zubat mit raupi ist ja komplett hässlich ja gut aber mein super schall du bist so ein kleiner hund egal mein mein ratz fratschig sagt sich scheiß drauf ich gehe rein mein meter gay entwickelt sich erneut oh mein gott nein das sieht aber nicht mal scheiße aus alles das ding congratulations your meter gay evolved into butter gay is trying to learn confusion ahja aber confusion nehme ich tatsächlich absolut an confusion nehme ich halt komplett an konfusion ist geil alle konfusion nämlich auf jeden fall an alle ist das gut vor allem ist es halt noch ein taub sie aber schon ins metro alle ist es so dumm alle aber es ist schon halt voll entwickelt und die stats müssten eigentlich jetzt auch dementsprechend am start sein eigentlich setzte nicht am start weil ich taub sie genommen habe oder was höchst hauptis körper hast ja ja guck doch mal die stats an also das geht schon es ist auf jeden fall ja guck mal du bist du bist du mein absoluter hasst gegner ich weiß doch ich weiß so und da ist schon wieder ein cater pie so mein butter gay oh gott ich hasse es so sehr aber butter gay macht hier auf jeden fall voll abriss also eigentlich muss ich jetzt mal mein mauzi vortun ohne scheiß weil das butter gay das das nimmt halt auf jeden fall von irgendwas ein hit und mauzi ist halt jetzt auch zwar in klammern schon level 6 aber da geht halt noch mehr und wenn ich gegen kokona antritt dann kann ich definitiv der bonus xp rausziehen weil das kokona macht einfach nügges nöntjes so was haben wir denn hier zu bad war zu bad wäre halt auch interesting gewesen oder ich könnte meine nido gay beibringen ok alles klar mach ich möchte ich meine nido gay macht dabei das ist jetzt die fertige fanmade version von liquid crystal richtig es sollte die fertige sein ja ich warum mache ich jetzt withdraw habe ich mir jetzt verklickt ja ich habe mich verklickt die ideologen supersonic eigentlich denke ich da meinen ratzfratzschigi scheiß drauf jetzt gucken mal ob sich das immer noch so denkt denkt sich immer noch so tschüss es reicht nicht mal aber es kommt der blut ja egal kommen hau rein das ding verwirrt ist confused scheiß drauf mein mein ratzfratzschigi scheiß auf verwirrung dreimal durch verwirrung durchgekommen alle am stück 100 prozent durch verwirrung durchkommen so nenne ich mein man ab sofort ich mache immer namensänderung wenn sich das mal ändern so jetzt ist ein horn liu und weedl so wir nehmen beide und ich brauche bitte einen scheiße ich habe kein wo ich dachte ich bin vergiftet ich hätte zurückschrecken ein schön chilligen wie nimmt mir das noch mal auf englisch wie man mal was du gesagt zurückschrecken wie nimmt mir das noch auf englisch wenn man auch flinch in flinch in flinch ja genau der gute alte flinch man kennt ihn kennst du noch das gute alte paraflinch du meißel jaja das ist halt so ein hurton ohne scheiß jetzt so das gute alte kingstein sie wie in grace togekiss oh ja ja mit luftschnitt ja mit mit luftschnitt richtig alter 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 mein maut sie hat techniker mit einem lonely nature das heißt attack plus defense down daisy was denn dieses maut sie ja mit dem körper dort zusammen da sehe ich mich und dann garados techniker mit einem plus attack wesen sprungfeder und wasser dünsel alter 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 ich glaube da sehe ich mich tatsächlich jetzt mal keinen scheiß das hört sich halt komplett legit an ich weiß das ist auch nicht das heißt techniker garados mit aqua jet aber jetzt müssen wir halt nur schauen ob das auch tatsächlich dann aqua jet lernt oder ich glaube nicht das ist das problem scheiße da muss doch irgendwo ein tutor geben oder so eine scheiße das weiß ich absolut nicht also halt wenn es auf gen 1 angelegt ist dann sowieso nicht übrigens ich habe kann doch was bemerkt was denn was mir jetzt gerade so eingefallen ist was so gleich ist die regel mit dem zwei pokémon zusammenfusen dann sowieso außer gefecht gesetzt warum denn gleich dieses team rocket event kommt ab dem dann jedes pokémon gefust ist in der bildnis echt jetzt ja jetzt wirklich ja ja aber dann da müssen wir gucken dass wir uns halt mit dem geld defuser kaufen oder einen von beiden encounter nehmen oder weil sonst ist ja die ganze regel für den arsch entweder so ja ich würde schon sagen also eine sache doch mal dann haben wir immer die doppelte chance wir haben ja gleich auch noch dazu du hast ja immer diesen wander trade wenn du in der arena geschafft hast stimmt weil wir uns dann dafür kurz ein random pokémon fangen weil es ist ja quasi immer ein static encounter nach jeder arena das könnten wir machen tatsächlich ja alter jetzt kriege ich hier tatsächlich einen catergay als gegner hast du den aufbekommen ja ja so aber jetzt catergay mach mal den flinchy flinch kommen baby was denn ich wünsche dir viel spaß in der stadt mit der gesteiner arena ist ja dieses hotel wo leute aufträge für dich haben ja ja der junge da drin möchte komplett vollentwickeltes käfer pokémon sehen da habe ich doch ja ich weiß deswegen voll da ist alle aber das hat er hat seine weile verloren ja aber das catergay muss ich ehrlich zurück das dick das catergay ist ein hartes stück arbeit als gegner vor allem wenn ich mit quick attack angreifen du verstehst was ich mein und wenn es dann gleich noch harten einsetzt also dann ist sowieso der cockslip auf dem kopf so dieser duplex hieb alter das ist dann dieser ganz schnell move hose runter klatsch so im hose runter klatsch das ding auf die stirn beim hochziehen ist wieder weg supergeil okay ich bin auch durch mit dem wald tatsächlich sie habe ich schon mal dass ich uns hasse ach so ja ja klar warum prinzip was denn ach so ach so ja du ist kein problem bin ich fein so also jetzt wird meine monst gerade geheilt dann speichere ich dann labere ich kurz mit den mit den dudes hier ich frage mich gerade was was denn was weint ihr in diesem hotel für 50 dollar ein zimmer nehmen ja was passiert wenn du dir ein zimmer nicht keine ahnung weil ich glaube das ist die originale version weil der thread von ja ja link ins selda haben auch die fertig gemachte version hochgeladen es ist zwar von jemand anderen fertiggestellt worden aber sie haben es hochgeladen nachdem sie gesehen hat das jemand fertig gemacht hat es sollte die version eigentlich sein wird sage ich 100 prozent sicher aber es sollte die version sein okay gibt es hier noch random check auto museum jetzt habe ich noch nicht okay jetzt sind das hotel oder was das ist hier das hotel nein in dem pokémon markt neben dem japan sch rotations aufklose gecko großierblich ja bis durch okay meine dummheit kommt wieder raus ja gut alles klar brunow bärchen fühlen wir komplett er ist bei uns auch jeden tag so du wir sind eine meine wir sind alle behinder also wir hassen ständig und seine leben das ist zwar bei uns und wir sind komplett behindert vor allem wenn wir erläuten wir unsere komplette restlichen gehände GehИlN Pass ich das, das kann man nicht vernichten Ja gut, also ich meine Eine habe ich ja mit ihm, weil ich kann ja immerhin noch Grad pissen, Alter Ja, bist ja sicher Ich meine ohne Spaß, Alter, realtalk jetzt Ich bin vorher vom Rauchen reingekommen Und ich bin zu pissen, Alter Und auf meinem T-Shirt sitzt einfach so ein riesiger Schildkäfer, Alter Ich bin erstmal so erschrocken, Alter Erstmal durchs halbe Bad gepisst, Alter Ich meine, ja klar, du, hey Alles gut Ich bin Streamer Wozu habe ich eine Putzfrau? Ah, ich wollte gerade zeigen, das ist mir auch so ein Gespräch mit deiner Frau. Ich meine doch gar nicht dich damit. Ich meine die Frau, die wohl kommt, wenn du arbeiten bist. Nein, Quatsch, alles gut, Spaß. Hey, bleib doch cool, hey. Ich hoffe einfach, dass ich heute die richtige Hände auf die Fresse habe. Ja, da am Stream. Ach schade, ich hätte eigentlich vorher gerne gesehen, so auf Camp. Da gehen wir wieder ins Bett und dann geht es los. Da hätte ich ja extra Best of Lazy Dicks geschnitten, weil ich verziehen kann, weil dieser Kipp läuft. Nur so mit Dubstep. Okay, also es ist alles gleich, er hat Stein-Pokémon, alles klar. So, und was machen wir jetzt? Erstmal trainieren, weil sein höchstes Pokémon ist, er mit 12. Also du willst jetzt erst den, also jetzt dir noch einen Randommon fangen und das dann nachher Wondertraden. Muss man das dann? Das machen wir ja nach der Arena, dass wir noch meine Pokémon fangen. Ja gut, aber wenn du halt jetzt trainierst. Ja, aber ich hätte gerne tatsächlich Kava Rich, indem ich das Mauzi noch... Sollen wir nicht schon zu dem Kava-Dur gehen? Können wir machen. Dann müssen wir die Trainer auf der Route aber erst besiegen. Ja gut, wo ist das Problem, oder? Dass die auch in der Witz-Zäure-Bereich sind. Okay, das ist dumm. Wir sind ja quasi dafür, dass du da erst nach der Arena hingehst. Ja, gut. Das ist gut. C'. Das ist gut. Alles Laya. ink- op-